Sie sprechen Deutsch? Ich bin Obersalzerin. Sie erhalten eine Augenthaltsgestattung zur Durchführung Ihres Asylverfahrens und dürfen in die Bundesrepublik Deutschland einreisen. Es ist ja nicht für immer. Ein oder zwei Jahre vielleicht. One or two years, maybe. Willst du arbeiten, kommst du mit. Es ist schwer zu kriegen, Arbeit ohne Papier, verstehst du? Und Papiere? Sie brauchen einen Pass. Haben Sie die Anzahlung dabei? Wo kommst du denn eigentlich her? Teheran. Sie können ja vielleicht mal irgendwo ein Bier trinken gehen. Sie müssen in die iranische Auslandsvertretung Ihren Pass verlängern lassen. Sie sind ziemlich durcheinander. Wegen uns. Dir. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020